So, müssen wir mal gucken, wo wir am besten irgendwas herkriegen. Da ist wohl jemand aufgewacht. Ich hab doch nichts gemacht. Ich will zwar nichts sagen, aber... Na, der hat mich jetzt geortet. Wow! Alter! Ja, das war jetzt auch nicht angenehm, ey Leute. Es tut mir jetzt leid, die so stillen hören zu müssen. Aber hat mich jetzt selbst leicht überrascht, dass sie auf einmal da auf der Matte stand. Aber wir kommen gut durch. Zu gut. Das ist ja schon fast... Ich würde jetzt nicht sagen cheaten, weil theoretisch machen wir ja nur das... Haben wir ja durch das DLC das alles bekommen? Yo! Ich will zwar nichts sagen, aber mit so einer dicken Wumme... Wird's interessant. Ich hab echt keine Ahnung, ob das noch alles was bringt hier. Ich mein, wir haben 2300 Metallscherben. Ach. Und alles. Wir haben Waffen, die bisschen übermächtig sind. Wir sind zig Milliarden Level drüber. Das werde ich vielleicht noch bereuen. Ach, Quatsch. Läuft doch alles gut. Hä? Hä? Ich glaub, das Wasser haben sie nur hier runter gemacht für den Notfall, dass man mal runterfallen sollte. ... Dass man da nicht gleich sofort stirbt. Okay, die Lichteffekte sind schon ziemlich geil. ... Brauche ich das alles? Glaube an dich, etc. 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 Datenpunkt von mir aus. Bitte antworte und so weiter und so fort. Gucken wir mal, ob wir das brauchen. Einsatzbericht, Vorratskiste. Aber warum eine Vorratskiste? Hm, das wird zu schwer. Ja. Was ist das? Das? Eine Karte. Eine Karte? Wovon? Unserer Welt. Der Erde, Aloy. Sie ist nicht flach, wie du glaubst. Warum sollte ich das glauben? Bei Finsternissen liegt ein gewölbter Schatten auf dem Mond. Also ist die Welt eine Kugel. Und so sieht sie aus. Von weit. Darüber reden wir ein andermal. Zurück zur Sache. Die Pharo-Roboter verbreiteten sich über die Welt und fraßen alles auf. Elisabeth stoppte sie, bevor es zu spät war. Aber wie? Aber wie? Das ist jetzt die große Frage. Entschuldigung. Gibt's hier noch irgendwas? Nee, ne? Der Dingsbums des Fokus ist schon ziemlich cool. Muss man einfach sagen. Der Radius. Ich will zwar nichts sagen, aber zum Glück läuft das Ding nicht. Die Eklipse machen sich am Metallteufel zu schaffen. Sie wollen ihn doch nicht erwecken, oder? Musik. Möje. Ja! Das ist kein Problem. Ich will zwar nicht sagen, aber es lief ganz gut. Das ist gemein. Okay. Dass man den hier ganz einfach von oben machen kann. Oh! 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 Ja, natürlich. Ja, 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 ja. Ja, gut, die hatten aber auch andere Waffen, also die hatten nicht nur Pfeil und Bogen, Elon-Mäuschen. Die waren schon... Aber ja, es war nicht einfach für die. Was haben wir denn hier? Abriss, Schaden... Oh, ein Fettchen. Ja, ja, ein paar coole Sachen dabei. Also egal wie man sieht, so langsam gerate ich doch mit meinen Drähten ins Minus. Ich will mal gucken, ob ich hier noch irgendwo eine Vorratskiste oder so finde. Ich meine, 45 Drähte ist jetzt für den Fortschritt durchaus in Ordnung. Klar, weil wir jetzt sehr überlevelt sind. Trotz alledem, muss ich sagen, will ich ja nicht hier zurückfallen. So nach dem Motto, durch Vernachlässigung des Ressourcenmanagements will ich jetzt auch nicht unbedingt in meinen Tod rennen. Oder er ist mir unnötig schwer machen. Naja, mal gucken. Das nehme ich lieber mit. Vielleicht sollte ich auch zwischendurch mal später einfach mal wieder eine Farmrunde begehen oder mal zum... Linksbubes, zu so einem Händler gehen. Oh, Silence. Schön, dass du mir den Seilwerfer gegeben hast. Das war süß von dir. Danke, Dr. Salbeck. Setzen Sie sich doch. Sie wollen dir danken, nach dem, was sie gesagt hat? Dr. Salbeck hat die Situation sehr klar gemacht, General, und eine Option genannt. Wir sollten ihr alle danken. Ja, aber... Ich meine, nein, Gott! Vielleicht diskutieren wir das offline. Es gibt darüber keine Diskussion. Die Zahlen sind eindeutig. Und Farrow? Er zahlt die Rechnung. Aber er kann nicht die Zeit kaufen, die wir für Zero Dawn brauchen. Das lässt sich nur mit Blut bezahlen. Oh, bitteschön. Wir verbessern die Flotte. Wir hacken irgendwie die Code. Haben Sie nicht zugehört? Roboter können nicht mehr für Sie kämpfen. Wenn es ums Hacken geht, ist der Schwarm ein Spitzenpredator. Oh, alles Automatisierte, das Sie schicken, wird von ihm übernommen. Aber das! Wir würden Ihnen doch Zivilisten zum Fraß vorwerfen! Commanders! Unser Feind repliziert sich schneller, als wir ihn töten können. Und frisst Biomasse als Treibstoff. Zero Dawn ist alles, was wir haben. Wir drücken also jedem Zivilisten, der stark genug ist, eine Railgun in die Hand, zeigen ihm den Abzug und schicken sie an die Front? Wie sollen wir das erklären? Indem wir Ihnen Hoffnung geben. Zero Dawn. Das geheime Superwaffenprogramm, das uns retten wird. Solange die Menschen den Schwarm lange genug aufhalten, damit Dr. Sobek es beenden kann. Diese Datei enthält den Kriegsplan für Operation Enduring Victory. Kriegsplan? Das ist ein Kriegsverbrechen. Es ist nicht schön, aber Sie kennen die Alternativen. Dr. Sobek, Sie können eine stillgelegte Raketenbasis bei Bryce in Utah als Standort für Projekt Zero Dawn nutzen. Dort ist genug Platz. Wann können Sie anfangen? Ich habe Ihnen bereits Kandidatenvorschläge geschickt. Die meisten sind Ausländer oder gehören zu Holdings, also könnte es... Ich übernehme das. Sie bekommen Ihr Wunschteam. Versprochen. Ich bin dann weg. Raketenbasis? Was ist das? Was haben diese Leute getan? Was hat Elisabeth getan? Tja, interessant, ne? Gut, dass ich endlich weg kann. Jetzt muss ich nur irgendwie diese Raketenbasis finden. Ich habe die Daten zum Basisstandort. Das ist die gute Nachricht. Und die schlechte? Er liegt direkt unter der Zitadelle. Dem Palast in Sonnenfall. Der Hauptstadt der Schattenkarja. Nicht gerade vorteilhaft. Im Palast wimmelt es von Eklipse. Viele davon in hohen Positionen. Und alle tragen Fokusse. Wenn sie dich sehen, sieht Hades dich auch. Er wird befehlen, dich zu töten. Und diesmal wird dich das gesamte Schattenkarja-Militär jagen. Dann deaktiviere die Fokusse. Das ging doch sonst auch. Das ist nicht so einfach. Zu viele Fokusse auf einmal. Und alle kommunizieren untereinander und mit Hades. Ein riesiges Netzwerk. Netzwerk? Was ist das? Stell dir ein großes, unsichtbares Netz vor, das über das ganze Land verbreitet ist und die Fokusse verbindet. So dass sie über große Distanzen miteinander kommunizieren können. Okay. Und kriegt man das Netz irgendwie kaputt? Hm. Ein Netzwerk-Crash. Verwegen? Ja. Es ist möglich. Das Netz hat einen Schwachpunkt. Zeig ihn mir. Ha. Ich lade dir den Standort auf den Fokus. Geh dorthin. Ich melde mich mit Instruktionen, wenn du dort in der Nähe bist. Was war Zero Dawn? Und wie komme ich jetzt hier runter? Oh. Das wird eine irre Fahrt. Wir sind doch schon mittendrin, Mädchen. Jo. Machen wir einfach weiter. Komm. Jo. Ich hab gedacht, damit hätte ich mich jetzt losgelassen. Das würde ich nochmal machen. Wenn's nicht so schwer wäre, da hochzukommen. Boah. Pff. Das kriegen wir hin. Nee, Quatsch. Aber cool. Hätte mir auch Spaß gemacht. Auf jeden Fall. So. Ein Netzwerk-Crash. Ja. Ja. Das ist hier unten. Ich würde gerne den hier nochmal machen. Dann hab ich zumindest auch die Karteninformationen. Dann haben wir auch zumindest in dem Part oder seit langem mal wieder einen langen Hals bestiegen. Maschinen sind anfälliger für Schaden, wenn sie eingefroren sind. Und das ist schön. Du benötigst weniger Seile zum Festbinden von Maschinen, wenn du eine teure Variante des Seilwerfers benutzt. Beispielsweise den Schattenseilwerfer. Ja, Maschinen festbinden und so weiter und so fort. Ist zwar alles ganz nett, aber brauchen wir jetzt auch nicht zwingend. Da sind Berge. Die kriege ich so nicht einfach hin. Da muss ich wahrscheinlich hier oben drüber dran. Na komm, da können wir jetzt auch mal ein bisschen durch die Gegend rennen. Scheint eine Siedlung zu sein. Die Frage ist, ist das eine friedliche Siedlung? Also ich versuche hier irgendwie lang zu gehen. Die Frage ist nur, was das alles ist. Es gibt viele, viele Sidequests. Es sind auch teilweise schöne Geschichten dabei. Und so weiter und so fort. Muss ich ja gestehen. Allerdings will ich jetzt erstmal die Hauptquest durchhaben. Weil ich hab das Spiel gern. Ich mag das Spiel sehr, 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 sehr. Definitiv. Er ist ein schönes Meisterwerk. Auch wenn der Start sehr holprig war. Das ist ja jetzt nur ein technisches Fail von der Konsolenversion auf dem PC-Port. Das hat ja mit dem Spielinhalt selbst nichts zu tun. Dementsprechend gibt es da zwei Aspekte. Inhaltlich ist das Spiel wunderbar perfekt. Also ja, gibt es nichts Großartiges an meiner Seite aus rumzumerkeln. Aber so langsam will ich das Spiel auch durchhaben und fertig haben. Nicht, weil es zu lang ist. Das ist nicht das Problem. Also ich würde es durchaus jetzt die Welt eintauchen etc. Jetzt würde ich jetzt nicht sagen, das vermisse ich jetzt nicht. Oder es ist mir zu lang. Im Gegenteil. Das ist ganz okay. Das Problem liegt einfach daran, dass ich es halt schon jetzt ein drittes Mal durchspiele. Einmal für mich, dann einmal im Stream sozusagen. Und natürlich jetzt für den einen oder anderen, weil ich Vollidiot damals vergessen habe, mir die Streams von dem Spiel runterzuladen. Mache ich es jetzt nochmal. Natürlich mit einem ganz anderen, wie heißt es, mit einer anderen Erfahrung. Klar. Während ich mit meinem alten Rechner, obwohl die Grafikkarte das durchaus mitgemacht hat, aber der Prozessor halt sehr alt gewesen ist. Ist jetzt auch nicht unbedingt ein besserer Prozessor. Habe ich jetzt natürlich wesentlich mehr Ressourcen zur Verfügung und kann das durchaus besser spielen, wie ihr ja schon gesehen habt. Dementsprechend ist es natürlich ein kleiner, himmelweiter Unterschied zwischen einem Spiel auf niedrigsten Einstellungen bei 50 FPS und auf Ultra-Einstellungen bei knapp 100 FPS. Hab ich dich! Und dementsprechend muss man natürlich auch sagen, macht das Spiel natürlich ein bisschen mehr Spaß. So, das ist aber auch nicht unbedingt das Problem, wo ich sagen würde, yo, das fehlt mir. Sondern einfach, ähm, der Grund, warum ich jetzt so langsam halt auch durchhaben will, ist, erstens, mag ich das Let's Player nicht für mich. Ich habe nichts mehr dazu gehört, Herr Jha. Hoffentlich ist Nassan da drin. Ich werde zu überleben. Ich habe mir zurückverdacht. Ich will zwar nichts sagen, aber ich bin jetzt gerade doch ein bisschen über... Wow! Okay. Damit hätte ich nicht gerechnet. Fuck. Entschuldigung. Ist aber immerhin gut, ab und zu mal ein bisschen auf die Fresse zu kriegen. Einfach aus dem Aspekt her, dass man halt gesagt bekommt, yo! Biss war gute Bein, aber übertreibt nicht. Okay. Vor allem nicht mit dieser Rüstung. Die hat ja natürlich jetzt nur Tarnvorrichtungen. Das bringt halt nichts, wenn ich entdeckt wurde. Bringt mir das natürlich gar nichts. Komm schon. Und dementsprechend muss man natürlich... Es ist auch mal immer ganz gut, mal ein bisschen was auf die Schnauze zu kriegen, um einfach zu sagen, okay, du kannst jetzt nicht überall wie so ein bekloppter Vollidiot durchrennen, sondern muss ich halt schon... Ich bin getroffen! Ich bin getroffen! Aua! Aua! Woher? Woher? Wussten, wissen die, wo ich bin? Warum haben die denn noch... Halten die auf einmal so viel aus? Nur eine Fleischwunde! Wir müssen uns Heeren verdachten! Mehr seien doch hier die Bösen! Warum sind sie auf einmal so viele? Wenn sie uns nicht wehren sind, Jett, ist tat weh. Es tat weh. Wer gießt das Blut? Aaaaah! Wenn wir uns nicht wehren sind, Jett, ist tat weh. Ich will es ja nichts sagen, aber... Das hätte auch entspannter laufen können, wenn ich vielleicht nicht den Jägerbogen für Tiere genommen hätte. Aber auf der anderen Seite sollte der eigentlich ausreichen. Ich will mal was gucken. Vielleicht kann ich den doch noch ein bisschen weniger Feuer geben und dafür mehr Schaden. Schaden, Schaden, Handhabung. Das ist doch ganz gut. Wir machen hier die 41er rein. Dann sollte ich auch genug Schaden bei dem... Machen. So, die Frage ist jetzt... Wen oder was muss ich denn hier jetzt noch... ...abgrasen? Hier laufen bestimmt noch so ein paar Vollidioten rum. Oder habe ich mir die jetzt alle gegönnt? Gefühlt, ja! Oh, Sonne, du bist jetzt gerade leicht dezent im Weg. Elite-Schatten-Barbar. Will zwar jetzt nichts sagen, aber ich habe so das Gefühl, dass es hier noch was zu tun gibt. Aber nur drin. Sie haben Nassan also erwischt. Er braucht Hilfe. Versuchen wir es nochmal. Nur eine Frage, denn du wirkst etwas geschwächt. Was wolltest du? Bei der Weggabelung. Es war ein Picknick. Mit deiner Mutter. Ich glaube, er will deine Gefühle verletzen. Klappt nicht. Meine Mutter liebt ein schönes Picknick. Wie auch immer. Das bringt doch alles nichts. Das ist okay. Ich breche ihm gerne ein paar Knochen. Wie viele wir ihm wohl brechen müssen, damit er redet. Ein harter Hund. Vielleicht sieben. Okay. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Will du... Willst du ja nichts sagen, aber... Yo. Pew, pew, pew. Pew, 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 pew. So, erst mal hier alles looten. Das ist klar, ne? Kein Platz. Wie, kein Platz. Oh, der Draht. Hm? Hm? So langsam sollte ich vielleicht wieder auf die Scharfschussdinger wechseln. Weil die doch wesentlich mehr Damage machen. Ich weiß nicht, wer du bist, aber du bist frei. Ich heiße Nassan. Würdest du glauben, dass man mich beim Schmuggeln von Essen für die Armen in Sonnenfall erwischt hat? Vielleicht. Dann mache ich jetzt weiter. Danke sehr, Fremde. Ha, keine Sorge. Ich finde alleine raus. Das ist gut. Ja. Ähm. Ich weiß zwar nicht, was du in deinen Schuhen stecken hast, Aloy, aber das hört sich ein bisschen nach Aua Bo Hauer an. Achso, ja, stimmt. Zu dem wollte ich hin. Haben wir jetzt ganz vergessen. Da war ja noch was geplant. Ich muss jetzt auch nicht alles looten, Leute. Gefühlt habe ich ja mehr als genug. Zumindest die Karten will ich haben. Da hinten ist der. Die Frage ist, will ich jetzt nach unten oder will ich hier oben lang? Ich glaube eher hier oben. Wir haben ein paar Trampler, oder? Das Lagerfeuer habe ich jetzt entdeckt. Super. Das müsste meines Wissens nach Trampler sein. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Ja. Aber wie gesagt, von dem Zeug brauche ich ja aktuell nichts. So, dementsprechend kann ich hier einfach durch lang gehen. Zwischendurch nochmal eine Heilblume finden, wenn ich eine... Wenn mir einer über den Weg läuft, kann dieser auch gleich nochmal ab... Grasen wie rotes Licht. Wo? Oh. Wo kam der denn her? Wo kam der denn? Wo kam der denn? Wo wäre denn auch Marge? nură... Wo wäre denn? Wo wäre denn? Wo wäre denn toll групп seeds? Wo wäre denn любимFE... Man kann es auch übertreiben, ne? Oh, leck mich doch! Zwei im Fokus zu haben, ist übel. Aua. Ach, Mann! Die kamen halt vor allem aus dem Nichts. Ich mache aber auch immer denselben Fehler, ne? Ich mache jetzt nicht mehr Musik auf den Weg. Ich mache jetzt die Musik auf den Weg. Ich mache jetzt nicht mehr die Musik auf den Weg. Ja. Ah! Was zum verfickten Fotzenfick ist hier denn los, Mann? Alter Schweden, du Rosettenschnippel. Man kann's auch übertreiben. Hmm. Nein! Ich weiß zwar nicht, wie das möglich war, aber okay. Nein! Diese Würmer sind echt übertrieben. Zwei davon reinzusetzen war schon ein bisschen... ...da wollte jemand einfach nur mal... Ich weiß zwar nicht, wie das hingehauen hat, aber... Alter, lutsch mir doch den Schwanz wund, ey. Es ist unglaublich. Es war ein bisschen hart, finde ich. So zwei von den verfickten Waldförster-Fickern da reinzusetzen. Ich sollte das Spiel nicht an warmen Tagen spielen. Bin ich jetzt geschwitzt wegen dem Spiel oder weil es einfach scheiß draußen warm ist, dass die Zähne einen wegschmelzen? Was habe ich denn jetzt eigentlich für Spulen bekommen? Oh, das ist gar nicht schlecht, weißt du das? Waffen modifizieren. Ähm... Schaden, Schaden, Handhabung und Schaden. Hier habe ich Schaden... Ohhhh... Das könnte interessant sein. So, jetzt brauche ich aber auf jeden Fall hier Blümeleien. Könnte nützlich sein, aber ganz schön bitter. Ja, Medizin soll auch nicht schmecken, sie soll wirken, Mädchen. Das ist super! Inhaltlich einwandfrei, ja. Das ist... Hatte ich aber am Anfang auch schon mal, wo dann einfach so eine Maschine im Fels gespawnt ist, die ich dann auch nur sehr interessant killen konnte. Lass mich raten, hier gibt's jetzt bis auf den Weg zum... Zu diesem Dingsbums kein... Heilpflänzchen, außer das, was sich hier im Gras versteckt. Äh, im Felsen. Pflänzchen! Oh, es gibt Heilung! Nicht viel, aber ein bisschen. Ist okay. Da auch. Was ist dann los? Das hält sich. Ja, das hält sich, das hoffe ich auch. Man merkt schon, dass ich die Handhabung da rausgenommen hab und nur so wenig hab. So wenig HP haben die. Gucken wir auf die andere Richtung. Ey! Ich schieße sie halt in den Arsch. Ist mir egal. Ist halt schon krass, was für ein Damage-Unterschied das ist. Ich will jetzt die Maschine eigentlich nur killen, solange ich's, sofern ich's halt brauche. So, will ich hier nochmal speichern. Puh! Machen wir beim nächsten Mal weiter, Leute. Haut rein! Tschüss! 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 Tschüss!